Wir bei der Kiesbohrer Geländefahrzeug AG übernehmen Verantwortung. Warum? Weil alles, was wir tun, Auswirkungen hat. Auf die Menschen um uns herum, auf die Wirtschaft und natürlich auf die Umwelt. Und deshalb haben wir diese Verantwortung fest verankert in unserer Unternehmensstrategie Blue IQ. Wie können wir unsere Umwelt schützen und die Ressourcen schonen? Wie können wir ökologisch und ökonomisch einen Mehrwert schaffen? Wie können wir verantwortungsbewusst handeln und wirtschaften? Unsere Unternehmensstrategie Blue IQ zeigt den Weg. Es ist eine Frage der Einstellung und Taten. Es ist eine Frage der Technologie. Tagtäglich arbeiten wir an der Weiterentwicklung von wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Technologien für unsere Kunden. Es ist eine Frage der Verantwortung. Bereits heute produzieren wir 40% unseres Energiebedarfs selbst, unter anderem durch Energierückführung unserer Prüfstände. Diese Nachhaltigkeit wurde mit dem SIS Eco Award ausgezeichnet. Es ist eine Frage des Wissens. Wissen, was sich bezahlt macht für Mensch und Umwelt. Mit unserer Innovation Snowsat werden Zeit und Kraftstoff eingespart. Und es wird nur so viel Schnee produziert, wie auch tatsächlich benötigt wird. Der Vorteil für unsere Kunden, der optimale Einsatz seiner Flotte. Es ist eine Frage der Partnerschaft. Wir sind da, wenn man uns braucht. 365 Tage, 24 Stunden am Tag. Wir überzeugen in Einzelleistungen und begeistern im Gesamtpaket. Es ist eine Frage des Trainings. Pro Jahr schulen wir über 500 Teilnehmer aus Skigebieten, aus 16 Ländern und in vier Sprachen. Mit unserer Pro Academy bereiten wir unsere Kunden bestens auf ihre Aufgaben vor. Professionelles Training für ein effizientes und ressourcenschonendes Pistenmanagement. Es ist eine Frage des Engagements. Wir möchten den kommenden Generationen gerecht werden und nachhaltig handeln. Deshalb engagieren wir uns in der Nachwuchsförderung und bei Umweltprojekten, um verantwortlich in die Zukunft zu gehen. Das bedeutet, in jedem Einzelnen unserer Produkte steckt Verantwortung. In ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht. Und alle Produkte sind sinnvoll aufeinander abgestimmt. Das ist es, was Blue IQ so wertvoll macht. Blue IQ – verantwortlich in die Zukunft.